Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und den tiefen neuronalen Netzen. Wow, heute haben wir ein großes Thema, wahrscheinlich haben schon tausende von euch, okay, ich habe nicht mal tausend Zuschauer, okay, die meisten von euch haben davon schon mal gehört, nehme ich an und ja, der große Trick dabei ist, die Dinger sind tief. Was bedeutet tief? Naja, tief ist jetzt nicht so spannend, wie man sich das vorstellen würde. Man hat hier halt seine Inputschicht, also ich zeichne die Schichten jetzt mittlerweile mal so. Wie gesagt, heutzutage, also früher waren es erstmal diese Dinger hier. Dann hatte man sowas hier mit vielleicht, wo man die Neuronen noch einzeln zeichnen konnte, mit vielleicht so 100 Neuronen pro Schicht, maximal eher weniger. Und heutzutage hat man solche Balken für ganze Schichten von irgendwelchen tausend Neuronen oder noch mehr. Und ja, wir haben am Anfang eine Inputschicht, da kommen wir nicht drum rum, die brauchen wir immer. Und dann haben wir normalerweise irgendwelche Hidden Schichten. Das heißt, wir haben sowas hier. Die ist Hidden und jetzt kommt der große Trick bei den Deep Neural Networks. Wir haben nicht nur eine Hidden Schicht, sondern wir haben mehrere Hidden Schichten. Und es können so viele sein, wie ihr wollt. Ihr könnt da, keine Ahnung, Blöcke von Hidden Schichten machen. Also wir werden da auch noch ein paar Techniken sehen, wie man die Dinger macht. Denn solche Sachen zu trainieren ist fast unmöglich. Also wenn ihr hier wirklich mit diesen Hidden Schichten anfangt zu trainieren, ich zeichne jetzt erstmal noch die Output Schicht hin. Drei sollten erstmal genügen an Hidden Schichten. Wenn ihr irgendwas trainiert, was mehr als nur zwei Hidden Schichten hat, dann habt ihr da fast keine Chance, das direkt zu machen. Das ist ähnlich wie beim Menschen. Denkt euch einfach mal ins Gehirn vom Menschen rein. Wenn ihr da irgendwie schon mal was drüber gelesen habt oder sowas. Der Mensch hat haufenweise Neuronen und die sind nicht unbedingt in Schichten organisiert, klar. Aber wenn wir als Babys auf die Welt kommen, dann können wir auch nicht direkt die höhere Mathematik oder sowas lernen. Sondern wir müssen erstmal lesen lernen. Und dann benutzen wir unseren Lesenskill, um irgendwie wieder mehr zu lernen. Zum Beispiel Zahlen lesen. Und dann benutzen wir diese Zahlen, um Plus zu lernen. Und dann benutzen wir Plus, um Minus zu lernen. Wir benutzen Plus, um Mal zu lernen. Und Mal benutzen wir, um geteilt zu lernen. Und so weiter und so fort. Das heißt, es baut alles aufeinander auf. Normalerweise lernt man maximal zwei Hidden Schichten und kombiniert diese Netze dann. Ihr könnt es natürlich auch mal so probieren. Wenn ihr da gute Werte bei rauskriegt, dann habt ihr Glück. Aber ja, es ist glaube ich relativ schwer, sich immer zu entscheiden. Okay, welche Aktivierungsfunktion brauche ich jetzt in welchem Teil hier? Und was muss ich an meinen Input anlegen? Und was sollte ich bei meinem Output anlegen? Und die Hidden haben sowieso, haben wir absolut keinen Einfluss drauf. Deswegen, ja, es ist nicht ganz einfach. Aber wie gesagt, heutzutage sind die Netze riesig. Das heißt, wir haben in einer Hidden Schicht nicht nur 100 Neuronen, wie wir es vielleicht vor ein paar Jahren noch hatten. Sondern wir haben 1000 Neuronen. Und wir haben nicht nur eine Hidden Schicht, wie wir es vor ein paar Jahren hatten. Sondern wir haben tiefe Netze mit mehreren, keine Ahnung, vielleicht auch mehreren zig Hidden Schichten. Aber die Dinger werden meistens einzeln trainiert. Und wie ihr das macht, das werde ich euch jetzt in der folgenden Serie zeigen. Das machen wir aber nicht mehr heute. Heute sollte es nur eine kleine Einleitung zu den tiefen neuronalen Netzen geben. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Im Prinzip ist es nichts Neues für euch, für die meisten von euch. Aber ich möchte euch ermutigen, einfach mit der Serie wieder weiterzumachen. Und ja, hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Abonniert mich und liked und so weiter und so fort. Genau, das war es eigentlich von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.